Hallo, herzlich willkommen ihr Sepplinge da draußen zu einem neuen Elisha Online Update. Und heute, das ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Update, denn es ist etwas ins Spiel reingekommen, was es so bislang noch nicht gegeben hat im alten Elisha Online. Denn zum Testen wurden jetzt im Speed-Modus die Teamrennen eingeführt. Hm, ich bin schon so gespannt, das auszuprobieren. Da gucken wir uns gleich mal direkt das Rennen an. Aber es ist noch nicht alles, das Team hat nämlich noch etwas angekündigt. Und zwar kamen so viele Fragen, wann denn endlich der Shop eröffnet wird, dass sie jetzt mitgeteilt haben, dass sie da momentan sehr viel Arbeit reinstecken und damit rechnen, dass nächsten Monat der Shop eröffnet wird. Das heißt, Carrots Farm ohne Ende ist jetzt angesagt. Ja, wenn ich so meine angucke, ich müsste mal langsam. So, aber jetzt fangen wir auch mit dem Rennen an. Dazu geht ihr unten auf Game. Anders als bei den anderen Rennen, die ihr bei Training erreicht, müsst ihr hier auf Race klicken, wie dann auch später die Rennen. Die Lobby hier sieht genauso aus wie in den Trainingsrennen, weil, wie gesagt, der Modus, den gab es einfach früher nicht. Das war so überhaupt nicht geplant. Rennen könnt ihr momentan nur Speed-Practice. Ihr seht, wenn ihr hier was auswählt, es funktioniert nicht. Also Speed. Ich nehme jetzt einfach hier mal Silph Hill. Mache ich es auf Very Hard? Komm, mach mal mal auf Very Hard. Und dann starten wir auch das Spiel. Wir werden jetzt automatisch eingeteilt. Ihr seht es hier an den Bändern, die in den Schweif eingebunden sind. Rotes und blaues Team. Ich bin hier im blauen Team. Und ich muss jetzt sagen, das ist für mich jetzt auch ein bisschen eine neue Erfahrung, da ich früher nie Team Speed-Rennen geritten bin. Also ihr habt hier unten diese Bar. Wenn ich mich recht erinnere, ist das so eine Anzeige. Ihr könnt den anderen, glaube ich, ihre Boosts so ein bisschen kaputt machen. Aber da muss ich ehrlich sagen, kann ich euch keine genaue Angabe zu sagen, was das jetzt bedeutet. Wie gesagt, ich bin nie die Team-Speed-Rennen geritten. Ich war immer Magiereiterin. Die Regeln in den Speed-Rennen sind denkbar einfach. Es ist einfach derjenige, dessen Team zuerst die Ziellinie überquert. Hat auch gewonnen. Das ist total egal, ob danach nun alle anderen vom gegnerischen Team eintrudeln. Hauptsache ist wirklich, wer zuerst die Ziellinie überquert. Da hat dann das ganze Team gewonnen. Mann, ich müsste jetzt echt mal wissen, wie das hier mit der Leiste da unten genau funktioniert. Vielleicht ist ja jemand hier unter euch, unter den Zuschauern, der mir das mal genauer erklären kann. Ich weiß zum Beispiel meine alte Gildenleiterin, die Jessie, die war immer eher auf Speed-Rennen. Die hatte mir das nämlich auch mal irgendwann erzählt. Aber ich sehe es tatsächlich zum ersten Mal. Ich habe noch nie ein Speed-Team-Rennen gemacht. Also für mich eine doppelte Premiere quasi. Uh, ab geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme da nicht mehr rum hier. Oi, oi, oi. Meine Güte geht das hier ab. Sehr rasant auf jeden Fall. Ja, komm, komm, ich habe hier noch eine Runde. Ich muss irgendwie hier den ersten Platz durchretten. Das wäre super. Nein, 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 nein. Ach Mist, der ist in meinem Windschatten geritten. So, jetzt lässt er hier aber auch die Federn fallen. Ha. Ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen, da vorne. Ach Mist, den Boost habe ich gerade versaut. Da bin ich nicht gut drüber gekommen. Ah, Mist, 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 Mist. Jetzt muss ich hier Windschatten ausnutzen. Mist, ich habe die Feder verfehlt. Okay, das hat der jetzt zersaubeutelt. Warum war das eben kein perfekter Sprung? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, 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 das wird knapp, das wird knapp. Aber, 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 aber es reicht, es reicht, es reicht für den ersten Platz. Ah, jei, jei. Was für ein Rennen hier, was für ein Rennen. Oh, Platz 4 bis, oh, 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 der Möbel da hinten, noch die Schilder weg. Und dann seht ihr, dann hat man hier im Abschluss-Screen das komplette blaue Team, in dem Fall. Leider, muss ich sagen, in den Magierennen, in den Practice-Mob bekommt man ja für ein gewonnenes Rennen nach dem Schwierigkeitsgrad 100 Punkte. Hier haben wir jetzt nur 54 bekommen. Also von daher würde ich weiterhin empfehlen, am besten mit den anderen Rennen zu leveln. Aber das hier ist auf jeden Fall schon mal sehr schön zum Trainieren. Ich muss mich da mal noch ein bisschen reinfuchsen, wie das genau mit der Leiste funktioniert. Aber ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle erstmal viel, 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 viel Spaß mit dem neuen Update. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefällt. Hättet ihr es erwartet? Ich hätte es ja mal so überhaupt gar nicht erwartet. Und was glaubt ihr denn, was nächste Woche reinkommen könnte? Ich bin gespannt auf eure Meinung, auf eure Kommentare. Bis dahin!